Welcome back zu einer weiteren Episode Buzzword Bingo. Wir schauen uns mit euch die Begriffe der Media-Welt an. Richtig Dolly-Conversion. Oh ja, machen wir. Aber heute zeigst du mir die kalte Schulter, oder was? Besser als die kalte Schnauze, oder? Okay, dann los geht's. Wir drehen. SEO. Search Engine Optimization. Und das haben wir nicht geprobt. Zoom-Maschinen-Optimierung. Stell dir vor, du bist Restaurant-Testerin und testest ein Restaurant. Und ja, nicht nur nach Geschmack, weil du ja vielleicht kein Fleisch magst oder kein Fisch, sondern eben auch nach Kriterien wie Lage des Restaurants oder Sauberkeit oder Menüauswahl. Menüauswahl zum Beispiel, genau. Und dann wird man ja im Michelin oder so gerankt als Restaurant. Und bei Webseiten ist es ähnlich, dass man sich die gesamte Seite anguckt oder die Struktur und alles, Inhalte. Und dann von Google beispielsweise dementsprechend höher gerankt wird. In den Suchergebnissen. Klasse. Bon Appetit. Von Null auf Werbewissen mit Buzzword Bingo.